Und es kann wirklich sein, dass die Qualität der Chalkblöcke hier besser ist, als die Qualität der hohen Mauern. Das heißt, ich mach mal noch mehr Rockblocks. So, 25. Und gib einmal den Koffer, ein Cabinet, Weapon Rack, Armour Stand, Pedestal, Tor, in Auftrag und ein Bett. So. 35 und ich habe 50 Schalkblocks. Oh, wann habe ich das aus Versehen eingeschalten? Ja, das sieht man voll gut, die Zahlen da. Okay, hier sieht man sie gut. Und so. Oh, die Speedpots sehen schön aus. Der Siege ist immer noch in Gang. Wo stehen die gerade? Da reißen wir jetzt hier mal die Wände ein. Und errichten dort Schalkwände. So, gerade geht uns unsere Platz wieder aus, zum Brauen. Und dabei sollten wir 49 Plump Helmets rumliegen haben. Die Goblins kämpfen gerade gegen einen Mammut, okay. Okay. Wir hätten jetzt auf jeden Fall wieder genug Fleisch. Wir feiern Mils. Okay. 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 So, jetzt hier die Steinchen weg. Dann pausieren wir mal und machen mal Wände. Erstmal so. Okay. So, jetzt müssen wir das hier erst mal smoothing. So, und jetzt noch hier die Wände. Und normalerweise, wenn ich daraus dann Fortifications mache, müsste Wasser da abfließen können. So war immer der Plan jedenfalls. So war immer der Plan jedenfalls. Okay, brauche ich ein Grade, okay. So, hier ein Bett. Cabinet. Chest. Tür. Alles nochmal abbrechen. Aber erst mal muss das Ganze wieder frisch engraved werden. Gucken, wir werden das mal, ob sich was... Nicht wirklich. Geändert hat... Hm. Wie man auch über das Schlafzimmer gehört... Die muss ja wirklich jetzt durchgehen und gucken... Ob hier nicht noch... Leute drin wohnen, die ich in die Baracken verfrachtet habe. Das kann sein, dass sie gar nicht mehr da drin wohnen und noch einen Haufen Zeug kommen liegen haben. Was denen gar nicht mehr so wirklich gehört. Also was sie gar nicht mehr wirklich holen oder benutzen. Das kann sein. Okay. Ein Stück Gang buddeln. Damit wir unseren Untergrundfluss kriegen. Oh, Klee. Oh, Klee. So, dann engraft man hier alles schön. So, dann engraft man hier alles schön. Die Sweepots hier wurden alle schon abgeerntet. Okay. 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 Das war's. Wie sieht's hier aus? Hier wird's langsam. Jetzt kann ich einfach mal gucken, wo ist mein Baron? Mein toller Baron zum Beispiel. Oder der Major. Oder kann ich das vielleicht über den... Noble Ding machen? Nö. Bone und Leather. Äh. Welche Bone und Leather jetzt nochmal? Asob. Okay. Bone und Leather Asob. Den da. Mega Quad. Warum ist das nur Mega? Das ist... Versteh ich nicht. ます Christ? Ich... Welche? Du bist neu. Wenn... O caso... Ich... nicht... Untertitelung des ZDF, 2020